Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde einer gepflegten vorweihnachtlichen Lektüre. Ich habe die Pilotveranstaltung, wenn ich so sagen darf, natürlich als Kinderpsychiater absolviert, in erster Linie aber auch als Lesender. Das heißt, als jemand, der mit Kinderbüchern aufgewachsen ist und zu Kinderbüchern nach wie vor auch eine lesende Beziehung hat. Gleiches gilt für Kriminalromane und daher freut es mich ganz besonders, heute mit Eva Rosmann reden zu dürfen. Und ich stürze mich gleich hinein, halte mich wie zuletzt auch an meinem schriftlichen Konzept fest. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber ohne Text kann jemand, der in erster Linie schreibt oder auch schreibt, nicht wirklich existieren. Oder ich fühle mich zumindest nicht sicher, ohne Text. Eva Rosmann trifft einen Kinderpsychiater oder einen Psychiater. Sie hat ein Buch geschrieben, wie viele von Ihnen wissen, das heißt Freundsche Verbrechen. Und was liegt näher, als mit diesem Buch, dieser Veranstaltung zu beginnen. Da ich ein Psychiater bin, der sich auch als ein tiefenpsychologisch ausgebildeter und orientierter Psychiater verstehe, freut mich das ganz besonders, dass es Freundsche Verbrechen gibt. Ich beginne ungehörig mit einem Übergriff und lese Ihnen eineinhalb Seiten aus diesem Buch vor. Es wird ja heute sowieso darum gehen, wer am Ende das Opfer ist und wer der Täter. Ich bin jetzt gleich einmal der Täter. Ich rührte ein Stück eiskalte Butter in die Fischsoße. Gizmo sah interessiert zu. Der Duft des Branzino rieb mir das Wasser im Mund zusammen. Du kriegst die Greten, versprach ich meiner Katze. Das Telefon leitete. Ein paar Beschäftigungen gibt es schon, bei denen ich nicht unterbrochen werden will. Einer davon ist kochen. Ich ignorierte das Gekinnel. An diesem Abend hatte ich mir Ruhe und ein gutes Essen vergeben. Die Serie So wohnen Österreichs Prominente war abgeliefert. Meine gemütliche Küche hatte so gar nichts von dem bemühten Hochglanz, den ich in den meisten der Promi-Wohnungen für meines gefunden hatte. Ob sie immer so lebten? Ob sie sich extra für meine Story Mühe gaben, ihre Wohnungen aussehen zu lassen wie Ausstellungskojen in einem Einrichtungshaus? Eigentlich war es mir egal. Als Lifestyle-Journalistin zu arbeiten hat Vorteile. Einer davon ist, dass ich die meisten Aufträge ohne allzu großes Engagement erledigen lassen. Es läutete immer noch. Zwei Minuten mehr nicht, schwor ich mir und nahm den Hörer ab. Ich bin's, Ulrike, klang es atemlos am anderen Ende. Ulrike? Ich konnte mich an keine Ulrike erinnern. Ja? Ich weiß nicht, wer mir sonst helfen kann. Du musst kommen sofort. Du hast die Erfahrung mit solchen Dingen. Das brachte mich auch nicht weiter. Ich schwieg. Ulrike, deine Schwulfreundin, wir haben uns beim Klassentreffen. Ulrike, mit der ich sogar einige Jahre in einer Bank gesessen war, in einem Mädchen-Gymnasium, an das ich mich nicht mehr so genau erinnern wollte. 20 Jahre Abstand. Daran konnte auch kein Klassentreffen etwas ändern. Bei uns liegt eine Tote. Und ich bin ganz allein. Die Polizei habe ich schon angerufen. Aber weil du ja mit den Volksmusikmorden zu tun gehabt hast, wo ist das bei uns? Im Freud-Museum. Ich arbeite im Freud-Museum. Das habe ich dir ja erzählt. Wo ist das? Du warst noch nie im Freud-Museum? Ich fand, das war nicht der Zeitpunkt, um über meine Bildungslinien zu diskutieren. Ich drehte die Gasflamme ab, stellte die Pfanne noch warm in den Kühlschrank, ignorierte Gizmos beleidigten Blick und lief wenig später die acht Treppen von meiner Altbauwohnung nach Eine Tote im Freud-Museum. Mein kleiner Fiat stand zum Glück nur ein paar Meter vom Hauseingang entfernt. Vor meinem inneren Auge sah ich eine Frau auf der Freud-Couch liegen, mit leeren Augen, einer dramatischen Fülle von langem, rotem Haar, das sich mit dem Weinrot der Liege schlug und einem Einschussloch mitten auf der Stirn. Das ist ein guter Anfang, denke ich. Denn es geht auf diesen gut eineinhalb Seiten um Dinge, um die es meines Erachtens zumindest beim Kriminalroman gehen soll oder muss. Es geht ums Kochen bzw. ums Essen. Eine Katze kommt vor. Es geht um die Vergangenheit, um die Vergangenheit in Gestalt der Schule, die offenbar bei der Erzählerin nicht beliebt ist oder die unangenehme Reminiszenz hervorruft. Die Ermittlerin tritt auf. Es geht um ein, zwar imaginiertes, aber um ein Opfer. Die Psychoanalyse kommt vor. Die Stelle ist voller Humor. Und implizit geht es auch um Sex. Und der, zwar nur in einem Satz, aber das finde ich ganz nett. Alle Versatzstücke des Kriminalromans sind zu finden in dieser Stelle und das finde ich nett und ich denke, so soll ein ordentlicher Krimi anfangen. Ich darf an dieser Stelle ein paar Worte über Eva Rausmann, meine Gesprächspartnerin, sagen. Sie ist gebürtige Kanzlerin, hat Jus studiert, hat nach dem Studium als Verfassungsjuristin im Bundeskanzleramt gearbeitet, was vermutlich für ihre, nein, ich sage jetzt nicht, politischen Aufhängen, die nicht ganz ohne Belang ist. Dann als Journalistin unter anderem beim ORF, für den sie immer noch arbeitet, bei der Neuen Zürcher Zeitung und auch, ich weiß nicht warum, aber auch bei den oberösterreichischen Nachrichten. Eva Rausmann ist als bekennende Feministin oder war, um das in der Demokratie darzustellen, zuerst Autorin diverser Sachbücher, die sich im Wesentlichen rund um das Thema Frauen gedreht haben. Ich darf einige Titel erwähnen, unter Männern, Frauen im österreichischen Parlament, 1995 erschienen, Heim an den Herd, Sparpaket, Arbeitsplatzmangel, konservative Trends und was Frau dagegen tun kann, oder die Angst der Kirche vor Menschen. Beide sind 1996 erschienen und beide damals schon im Folio Verlag, dem du ja grenzenlos treu gebilden bist. Etwas, das uns beide verbindet, nicht der Folio Verlag, aber die Treue zum Verlag. Eva Rausmann war, wie Sie sicher alle wissen, 1997 Mitinitiatorin des österreichischen Frauenvolksbegehrens und 1998 Mitkoordinatorin des Bundespräsidentschaftswahlkampfes für die unabhängige Kandidatin Gertraud Knolle. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mehr, wie erfolgreich das war, also wie viel Prozent Stimmen gibt. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, aber es war verblüffend erfolgreich, wenn man weiß, wie wenig Mittel wir gehabt haben. Also es hat nicht wahnsinnig viel gefehlt und wir werden dann in den zweiten Wahlgang kommen. Also sie hatte zumindest mehr als die Heide Schmid, dass er irgendwie so 16 oder 26 Prozent, ich will da erst nicht sagen, er ist 16, ja. Aber wirklich also dafür irgendwie, dass alle gesagt haben, ja das ist ja total toll und sollte Sie wieder erwarten, noch besser sein, dann können wir Sie auch finanziell unterstützen. War das nicht so übel. Eine spannende Erfahrung, die auch zum ersten Krimi geführt hat. Eben, das wollte ich gerade sagen, Wahlkampf war das Thema damals und es kann kein Zufall sein, dass der erste Kriminalroman der 1999, also im Jahr darauf erschien, den Titel Wahlkampf trob. Und das war das Buch, in dem sozusagen Mira Walensky geboren wurde. Auf Wahlkampf folgten dann weitere 15, also in Summe sind es jetzt meiner Erzählung nach, 16 Kriminalromane, die sich alle um die Journalistin, Lifestyle-Journalistin Mira Walensky und ihre Partner, ihre Freundin, ursprünglich Putzfrau und Freundin Wesna Krainer drehen, eine Putzfrau, die im Laufe der Jahre sozusagen Karriere gemacht hat, wenn man das so sagen darf. Ja, dazwischen oder daneben, weiß nicht, ob das erlaubt ist, das so zu sagen, gibt es auch einen Roman, der kein kriminaler Roman ist, der auch nicht im Folio Verlag, sondern bei Limbus erschienen ist, Krummvögel im Jahr 2013. Es gibt ein Kochbuch, wie er kocht, was sonst, wann das erschienen ist, haben wir nicht aufgeschrieben, aber es ist noch nicht allzu lange her. Diverse Auszeichnungen, unter anderem den großen Josef Krainer Preis für Literatur des Landes Steiermark und zuletzt den von Kulturen der Stadt Wien und dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels vergebenen Leo Perutz Preis für Kriminalliteratur für den vorletzten Mira Walensky Roman Männerverein. Ja, wie Sie ebenfalls vermutlich alle wissen, ist Eva Oßmann Köchin aus Leidenschaft und in einem gewissen Sinn auch aus Profession. Sie ist Suchchefin von Manfred Buchinger im Restaurant zur alten Schule in Rindtal bei Wolkersdorf. Manfred Buchinger, Haubenkoch, ehemals, ich glaube in vier Jahreszeiten. Ja, mit der Konzer. Also nicht irgendwer in diesem Geschäft. Das führt mich zum Thema und zur ersten, vielleicht etwas seltsam, klinischen Frage an dich. Ist Kochen etwas Politisches? Das habe ich mich wirklich noch nie gefragt. Also ich werde immer wieder gefragt, was Kochen mit Schreiben zu tun hat und so weiter. Das ist ganz klar. Das kann man auch wunderbar erklären, sozusagen. Schreiben dauert sehr lang und ein ganzes Jahr, bis ich so ein Buch in der Hand habe. Und Kochen braucht auch, finde ich, als Basis und wandelig als Handwerk. Und die Hoffnung, dass es ein bisschen darüber hinausgeht, aber es muss schnell sein und kreativ und es ist immer Teamarbeit und so weiter. Aber Kochen, was Politisches ist, naja, ich würde sagen zumindest, wenn man es nicht nur für sich selbst macht, sondern auch für andere hat es sicher gesellschaftspolitische Züge. Weil alles, was ich auch für andere tue und wenn ich sozusagen auch etwas Intelligentes verteile zum Beispiel und etwas Lebensnotwendiges, wir essen ja auch wirklich nicht nur Genuss ist, hoffentlich, sondern auch einfach notwendig. Man hat sicher was, glaube ich schon, dass das also unmittelbar mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und ich glaube vor allem, wenn man nichts Gescheites zum Essen hat, wird man leicht ziemlich sauer. Und dann gibt es und gab es natürlich auch Revolutionen, Umstürze und so weiter. Also Essen ist schon so eine Basis unseres Zusammenlebens. Die Frage klingt natürlich komisch, aber so im und 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 es geht natürlich darum, so eine Veranstaltung, die irgendwie Provokation zu eröffnen. Aber je länger ich über die Frage nachgedacht habe, umso plausibel ist es. Ja, nein, nein, es hat, also ich frage mir das auch noch nie überlegt, aber es hat schon was. Was die Leute kochen oder beziehungsweise was die Leute essen, das ist abhängig von Charaktoren, die im Kern etwas politisches sind. Naja, abgesehen davon, dass es ja dann auch darum geht sozusagen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um beim Essen, nicht? Woher kommen die Sachen? Also der berühmte Knoblauch aus China, der wirklich eines der absurdesten Dinge von überhaupt ist, der auch in einem Krimi von mir vorkommt, so ein Nebensätzen streue ich das ganz gern ein. Weil das wirklich sowas von schwachsinnig ist, ein Ding, das bei uns überall super gut wächst. Das importieren wir aus China, nicht? Ich meine, wie blöd kann man sein? Ich habe nichts dagegen, wenn Ivar aus China kommt, weil der wächst bei uns nicht. Und den esse ich selber auch sehr gern. Also es muss nicht alles immer so mega original sein, finde ich. Also zu viel Missionarisches ist mir da fremd, aber Knoblauch? Wie erkenne ich den Knoblauch aus China? Indem es draufsteht. Ich meine, wobei, der, der meistens nicht besonders gut riecht und wenig gut schmeckt, das ist der aus China. Das ist jetzt kein Vorurteil, sondern das ist Tatsache und das hat natürlich damit zu tun, dass der ewig lang um ein Dumm gefahren ist. Dankenswerterweise fliegen sie ihn wenigstens nicht, obwohl es wahrscheinlich auch so ein Flugknoblauch aus China gibt. Ich habe gesagt, ich flug Mangos, ich stelle mir die immer so hübsch vor, wie sie fliegen, die Mangos. Du merkst an meinen Einwenden, dass ich da absolut unwahrführe, sondern ich bin auf dem Knoblauch, an dem ich kauf, steht nie was drauf. Oh ja, nicht auf der Knoblauch, auf der Knolle, aber wenn es drauf ist, ist es ein Sackle oder sowas. Und wenn es offen ist, muss es am Kanton draufstehen. Und seitdem ich weiß, dass das aus China kommt, schaue ich schon immer genau. Und da steht es dann immer so irgendwie so drauf. Ich meine, es wird jetzt für den Gott urbesser, aber das ist zumindest zum Beispiel, das finde ich hochpolitisch. Also was du isst und welche Zutaten du verwendest, das finde ich absolut politisch. Ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, aber in meiner Kindheit, also ich bin relativ im Wohlstand aufgewachsen, aber in meiner Umgebung hat die Frage, was hat man zu essen, nämlich im Sinn von, wird man satt oder will man nichts, schon noch eine Rolle. Ja, bei uns eigentlich nicht. Also jetzt versuche ich mich zu erinnern, ich bin auch so eine Aufsteigerfamilie in den 60er Jahren aufgewachsen. Der Vater hat mir erzählt, der ist aus der Oststeiermark und ist dann ins Gymnasium als erster, sozusagen vom ganzen Ort offenbar, wie man erst jetzt am Wochenende gelernt hat, gegangen in Fürstenfeld. Und der war beim Bauern untergebracht und da hat es jeden Tag Sterz gegeben. In der Früh, was er natürlich... Die 50er Jahre waren es. Ja, das waren Anfang 50er, ja, klein auf dem Weg. Und eine Zeit lang machte er Sterz nicht so gern. Was er dann mir gelegt hat, was er bei uns nie gegeben hat, und so hat er sich dann immer am Karfreitag, eine sehr katholische Familie, am Karfreitag Sterz gewünschen, denn sonst kann er wirklich so ein Wesen haben. Und ich habe mir gesagt, Vater, warum wünschst du dir dein Lieblingsessen? Das hat ja mit Karfreitag nichts zu tun. Da gab es übrigens auch um Essen und Glauben große Diskussionen. Und dann sollte man, wenn man es in den Opfer bringt, kann man ein Lieblingsessen essen. Ja, aber da hat es schon noch, da hat es zumindest Beschränkungen an dem Essen gegeben. Bei uns war die Phase, wo es schon einen kleinen Graz-Außenbezirk, einen kleinen Supermarkt gegeben hat. Meine Mutter hat mit großem Dank alle halbfertig Produkte gekauft. Also ich bin mit Wacklsuppen aufgewachsen, außer am Sonntag, wo die Oma gekocht hat. Kleberhams. Ja, Kranf hat man mit der Küche gekauft. Aber es ist etwas Wurrn aus mir, auch groß und stark, wie die Oma immer gesagt hat. Starker ist, hat sie immer gesagt. Das war dann nicht so nett, wie ich halbwüchsig war. Ich war ja ein bisschen stärker. Das hat man nicht so gern gehört. Also wir sind so ordentlich ernährt worden, sozusagen. Wobei meine Mutter dann nahtlos von der ersten Supermarkt-Halbfertig-Welle übergegangen ist in die erste Voll-Bio-Welle. Ich erinnere mich an einen Tofu, der bei uns zubereitet worden ist, in so einem Wandel drinnen. Da hat sie ein Reformhaus am Tofu gekauft, den hat sie ins Wandel reingedruckt und dann hat sie ihn ins Ohr gestellt. Dann kam der wieder raus. Und der hat geschmeckt so ähnlich wie Gips, Zewel, aber Gott sei Dank nicht gefährlich. Und ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, ich isse wirklich alles, aber das isse ich nicht. Und er wurde entsorgt, sozusagen. Ja, ich glaube, dass daraus wirklich, der ist, glaube ich, wirklich entsorgt worden. Sie hat mich überhaupt nicht gehört. Es war weder Salz dabei, noch sonst was. Sojasus kannte man damals noch nicht, zumindest nicht bei uns. Und die Leute im Reformhaus dürften ja keinen Tipp gegeben haben, wie sie das macht. Die haben einfach gesagt, das ist irrsinnig gesund, das tun sie ins Wandel und pochen. Ich versuche mir gerade vorzugeben, dass meine Mutter mit Tofu gekauft hat. Und es ist nicht so weit entfernt. Aber bei uns kann man nicht einmal auf den Tipp. Ja, das hat es lebhaft probiert. Kochen ist das Thema jetzt, was das Politische betrifft. Also eine Kurve zu deinem, zu deinem politischen, frauenpolitischen Engagement. Wie erklärst du dir als Feministin das Phänomen, das trotz Johanna Mayer und trotz Liesel Wagner-Bacher und Kim kocht, die meisten großen Köche oder berühmten Köche, die meisten großen Köche oder berühmten Köche mindestens? Naja, das hat einmal ganz praktisch mit den Arbeitszeiten zu tun. Also ich glaube, dass Frauen mindestens in der Küche so viel leisten können und mindestens so zäh sind wie Männer. Das sage ich, aber ich erlebe ja jedem. Also immer dann, wenn ich koche, ich halte mehr aus als so manche. Nicht nur in meinem Alter, sondern auch jüngere. Da sind sie mir schon rein weiß umgefallen. Also so ist es nicht. Also daran liegt sicher nicht, dass Frauen schwächer sind und das nicht aushalten. Jüngere Frauen, auch wenn sie super gut kochen und auch nur in irgendeiner Form eben dann einmal Familie haben, kriegen wir ein echtes Problem. Weil einfach die Arbeitszeiten in einem guten Restaurant absolut familienfeindlich sind. Du bist immer am Wochenende dran, du bist bis Mitternacht dran. Du hast, wenn es jetzt ein größeres Haus ist und du hast dann neben einem Alacat-Geschäft noch irgendwelche Bankette oder größere Gruppen, hast unter Umständen, du musst 18, 20 Stunden auch mal drinnen sein. Du kannst dich wirklich um nichts mehr kümmern. Und Frauen, die sich um nichts mehr kümmern können, sind nicht rasend beliebt in unserer Gesellschaft. Das ist ein külptmisches Feld. Aber sie sind ein külptmisches Feld. Naja, die Erdzerft ist ja so. Also die Külptmischés und so die Köchinnen dahinter, die gibt es ja. Die gibt es ja nicht. Aber nur dann, wenn es in die erste Riege geht, brechen es ziemlich schnell weg. Und das hat teilweise wirklich damit zu tun, dass Frauen das Gefühl haben, das geht sich nicht aus für sie. Die andere Geschichte ist, dass es natürlich Männerseilschaften gibt. Auch unter den Köchens? Ja, unter den Köchens. Zum Beispiel unter denen, die Hotels leiten oder denen was gehört. Die meisten Köchen kehren jetzt erst nicht das Lokal. Da musst du ja Familiengeschichte haben. Und die haben nicht alle. Also es ist nicht einfach, wenn Frauen noch immer gewisse Aufgaben, jedenfalls aufgrund ihres Geschlechts, umgehängt werden, drüber zu steigen und zu sagen, das ist mir wurscht. Das ging eben zum Beispiel bei der Lisa Wagner-Bacher, die hat ein gutes Umfeld. Da war das Haus schon da. Ihr Mann arbeitet ordentlich mit. Und das hat sich gut entwickelt. Also das ist so, die Kim ist sowieso ein bisschen sondervoll, da ist das sehr gut gegangen. Die hat einfach irgendeine gefunden. Manchmal sind dann Frauen ein Stück vernünftiger und sagen, wenn es extrem auf die eigene Substanz geht. Und das geht es teilweise, wenn du jetzt ein eigenes Haus hast und gehypt wirst und so weiter. Das ist zwar wahnsinnig toll, aber irre anstrengend. Und deswegen hat sich die Kim irgendwann einmal zurückgenommen. Also ihr Leben war ja dann irgendwann einmal doch eine Spur wichtiger, glaube ich, als das Berühmtheit. Ja, die anderen versaufen sich halt teilweise. Männer versaufen sich da eher. Frauen nehmen sich eher zurück. Aber ich sage immer eher, weil ich nicht glaube, dass es die Frauen und die Männer gibt. Also da gibt es schon sehr viel Unterschiede. Nein, nein, nein. Wie jetzt beim Herst. Darfand bin ich einem Plakat gegen diese, wie heißt dieses mich schon seltsam berührende Ding, das der Toni Merwald jetzt macht. Das ist die Palazzo. Das ist die Palazzo, ja. Das hat der Toni Merwald vom Gera übernommen. Also ich meine, die haben sich überall gestritten. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe den Verdacht, dass eine Frau so etwas nicht machen würde. Du brauchst, naja, es gibt auch ein paar eitle Frauen. Also so ist es nicht. Aber jetzt werde ich nicht, dass das anzieht. Aber du brauchst schon eine eigene Persönlichkeitsstruktur für sowas. Sagen wir mal das wertfrei so, ja. Ganz wertfrei. Ja, ja, nein, nein, das muss man schon sagen. Also abgesehen davon, dass Toni M. halt ein sozusagen so ein Kleinindustrieller ist in der Gastronomies-Szene oder auch ein Mittelindustrieller in der Gastronomies-Szene und politisch, sagen wir da bei der Politik, sehr gut vernetzt ist. Ansonsten war er nämlich schon längst zumindest pleite. Aha, man geht durch das schon, oder? Ja, ja, es ist immer ausgegangen. Und wenn du die richtigen Freunde hast. Und da fürchte ich im Schnitt bei diesen Verletzungen eines Mannes immer einen Vorteil. Eine Frau, die hat das nicht geschafft. Die hat das nicht geschafft. Zu groß waren, hat es nicht gepackt. Haben wir immer schon gesagt, ob die das schaffen wird. Und bei Amazon hat irgendwie, naja, ist ja blöd, das kann man jetzt nicht. Und die Leute schicken, das muss mir schon helfen. Ich meine, irgendjemand ist ein tüchtiger Kerl, nicht? Und da bin ich auf der richtigen Seite gewesen. Also, jetzt sind wir schon was übernehmen, nicht? Na ja. Ja, und das erklärt vielleicht schon das eine oder andere. Schreiten Männer oder Frauen die besseren Kochen? Habe ich mich noch nie gefragt. Du lässt keine Kochen? Oh ja, mein Gott, ich habe hunderte. Aber ich habe es noch nie nach dem Thema Mann oder Frau ein Lieblingskochbuch. Ein Lieblingskochbuch. Momentan gerade. Momentan, momentan gerade. Na ja, das ist auch ein großes vietnamesisches Kochbuch. Ich mache die wahnsinnig gern. Ich weiß jetzt leider nicht einmal, von wem das ist. Weil du gerade einen Roman über Vietnam schreibst. Auch, ja. Aber das habe ich vorher schon gegeben. Also das habe ich auch wirklich aus Vietnam selbst herbeigeschleppt, obwohl das so ein Teil ist. Aber das ist wirklich toll. Also das ist auch toll aus dem Ganzen. Das heißt mehr so exotische. Das ist, na ja, mich interessiert natürlich das vor allem, dass ich nicht so gut kenne. Oder auch, dass ich nicht so gut kann. Ich habe die klassischen österreichischen Island, ab und zu schaue ich was nach. Aber exotisch interessiert mich natürlich. Das ist ganz klar. Also das ist ja das Schöne beim Kochen. Du kommst immer wieder auf was ganz Neues. Weg vom Kochen. Gleich direkt zu auf die zentrale Frage. Was ist das Politische eigentlich? Das Politische? Na ja, ich würde einmal sagen, der Mensch existiert nicht nur als Einzelwesen, sondern auch als Gemeinschaftswesen. Und da hat man sich halt irgendwann immer angefangen auszumachen, Regeln, die uns gemeinsam ordentlich leben lassen. Und ich kenne ja viele Leute, um wieder in die Küche zurückzukommen, ich arbeite ja mit Lehrinnen. Und ich habe jetzt gerade einen hochintelligenten Lehrling, die Julia, die hat schon Matura gemacht und macht jetzt die Koch-Lehrer, und hat zu meinem großen Entsetzen gesagt, Politik interessiert sich aber wohl nicht. Die liest viel, die interessiert sich für vieles. Das alles andere steppert. Und dann habe ich gesagt, Julia, ich meine, du interessierst dich nicht, wie wir zusammenleben und wer unsere Regeln macht. So hat sie es noch nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, das ist sozusagen die Vermittlung von dem, was Politik sein sollte oder auch ist real. Das ist einfach teilweise freiglich oder findet nicht statt. Weil es ist doch irgendwie logisch, ich möchte doch irgendwie was wissen und auch mitreden, wenn es darum geht, welche Regeln geben wir uns als Gemeinschaft. Ich möchte darüber entscheiden, eben wer wie Geld verteilt wird. Ich möchte darüber mitreden können, welche Bildungspolitik wir haben. Weil das betrifft ja immer mich auch. Oder wenn ich mich persönlich dann erkinde oder an Verwandten oder meine Umgebung und uns letztlich jedenfalls immer als Gemeinschaft. Wie erklärst du dir das? Und das spricht jetzt natürlich so ein Talk der Jugendpsychiater auch aus mir, der sich darüber ärgert, dass ständig die unengagierte, ziellose Jugend verteifelt wird. Wie erklärst du dir die angebliche Politikverdrossenheit? Oder ganz konkret die Reaktion deiner Jugend? Ich glaube nicht, dass die Politik verdrossen ist. Die hat nur keinen Zugang. Also das alles andere ist unengagiert und schon gar nicht irgendwie dumm oder blöd. Also überhaupt nicht. Nein, also ich glaube sozusagen, Politik ist bei uns inzwischen so negativ besetzt durch das, wie Medien berichten. Das sind nämlich über die Politiker berichten und über einzelne Doristik nur Negatives zu sagen. Liegt es an der Berichterstattung oder daran, wie Politiker sind? Nein, nein. Es liegt schon an der Berichterstattung auch. Auch, weil wir haben nie, also in keiner Gruppe von Menschen, wurscht ob das Politiker sind, ob das Psychiater sind, ob das Köchinnen oder Autorinnen sind, gibt es lauter hehre Helden. Oder den Psychiatern schon. Und darum kann es also nicht gehen. Sondern es geht darum, wie berichtet wird über ein System. Und wir haben jetzt diese Hypes, wo du eben nur über Personen oder über Streitigkeiten berichtest. Du berichtest aber die Hintergründe nicht. Die Zusammenhänge können einem nur dann deutlich werden, wenn du wirklich viel Zeit investierst. Wenn du viel liest, gute Zeitungen liest, aber wenn du dich selbst ein bisschen informierst, kriegst du gewisse Sachen einfach überhaupt nicht raus. Zum Beispiel die letzten Tage habe ich mich gefragt, wie heißt das Ding, das da in Kärnten losgebrochen ist, HCP, was da in der Milch war. Und überall war plötzlich und große Aufregung. Sie hatten mir tagelang, obwohl ich darauf gehört habe, nicht erzählen können, wo es das eigentlich ist, wo es das eigentlich macht und wo es sonst ist. Es hat jemanden berichtet, wie arg, es gibt schon einen Krisengipfel. Und die einen sagen, das haben es ganz schlecht gemacht. Und die sagen, sie machen das so schnell wie möglich. Und der Dritte sagt irgendwie, schneller geht es gar nicht. Also, du hast keine Information und du hast es in den Politikbereichen noch viel weniger. Also, es wird immer runtergebrochen auf den Streit. Also, ich kenne das, ich war ja lange politische Journalistin selber und es gab eine legendäre Veranstaltung. Ich glaube, das war am Freitag immer. der eine ist mein Mann sitzt dort. Damals war man noch nicht verheiratet und auch noch nicht zusammen. Und er war Journalist fürs Radio. Und ich für die oberösterreichischen Nachrichten. Wir saßen immer bei der Pressekonferenz vom Jabb, der gemacht hat, so was, allgemeine politische Fragen oder irgend so, was hat das geheißen, am Freitag. Und das war unglaublich. Also, da hat er halt irgendwie alles, was er irgendwie loswerden wollte, losgelassen. Und in erster Linie natürlich schon gegen andere. Und wir haben uns dann halt, wir haben teilweise dann inhaltliche Fragen gestellt, was uns nicht restlos beliebt gemacht hat. Also, wir haben ihn einmal, wie er sehr geschimpft hat über die ÖVP und irgendwas mit der Milch, haben ihn gefragt, wie viel ihr Paket Milch kostet. Das konnte er leider nicht beantworten. War blöd für ihn in dem Fall, sehr blöd. Also, aber immer noch, sozusagen, dieses Weg vom Inhalt zu gehen, aus lauter Schreck, dass es nicht ausgeht und es kapiert ja eh keiner und dann liest es keiner und hört es keiner. Das ist schon sehr gefährlich. Aber da ist etwas, oder da wurde etwas, neben deiner Aktivität und deiner Tendenz, dich überhaupt zu engagieren, wurde da etwas in dir sehr früh verankert, wenn ich das richtig verstehe. und jetzt meine Frage, wenn ich mir diese Julia im Gegensatz zu dir vorstelle, wie ist das Politische in dich hineingekommen? Hat das mit den Eltern zu tun? Wie hat das funktioniert? Denn das ist offenbar die zentrale Frage. Wie kommt das Politische in die Jugendlichen hinein? In dem Fall hat es schon, ja, hat es schon viel mit den Eltern zu tun gehabt. Muss man schon sagen? Stoffen? Ja. Gefolgt. Ja. Nein, also hat es, zumindest mein Vater war immer ein politisch denkender Mensch. Also, und diese Nachrichtensendungen sind angeschaut worden und man hat darüber geredet und ich habe meinem Vater natürlich immer wieder sprechen müssen. Also, deshalb bin ich ja relativ früh, wie soll man sagen, frauenpolitisch zumindest interessiert, interessiert worden, weil er hat so geschimpft über die Johanna Donnerl und in den 70er Jahren, wo es mit der Alice Schwarzer im Fernsehen gesessen ist ab und zu und er hat gesagt, nein, die Weiber, nein, brauche ich mal schauen, wie die ausschauen. Die sind ja nicht lustig, weil die da wischen sowieso. Also, ich meine, es ist schon der, der ich bei mir daheim abgegangen und einer, der sich so aufregen kann, über einen Moment habe ich gedacht, die müssen interessant sein, wenn sie mit dem Fotos aufregen. Also, das war schon so ein Zugang. Ich kann mir vorstellen, wie du mit dem Sprach hast. Ich habe immer gern diskutiert und er wird in der Schule schon immer gern diskutiert und wenn es welche irgendwie alle für eins waren, dann war ich für das andere schon mal grundsätzlich. Also, das, das... Wie hat das den Vater genommen? Ja, das war schon okay. Also, wir haben nicht gestritten darüber, sondern diskutiert tatsächlich. Also, das ist, das... Es hat er durchaus ausgehalten. Also, ich meine, er war, es war ein Züge, das ist, ich meine, er war immer auf der ÖVP-Seite, aber jetzt kein gehörter, sozusagen, Parteiapparatschick, und ich war daher teurerweise nie auf der ÖVP-Seite. Und in Graz hat es ganz früh eine grüne Gruppierung gegeben und zu meinem großen Schrecken, da habe ich allerdings schon studiert, wollten sie mich dann für den Gemeinderat, weil so etwas würde ich nie machen. Also, schon damals irgendwie habe ich mir gedacht, nein, das ist jetzt nicht. Und dann haben das die ÖVP-Lerspitz gekriegt und haben mich dann gefragt, ob ich nicht für den Gemeinderat für die ÖVP will. Also, ich war richtig umworben, so mit 19 oder 20 Jahren. Weil klar war, wo der Vater steht. Weil klar war, wo der Vater steht und nicht, dass wir die dann verlieren, sozusagen, an diese neuen, komischen Grünen. Also, so war es passiert. Und, ja, na, wobei, also eben, ich wollte nie den Gemeinderat, ich habe damals studiert und nur andere Sachen gemacht, das wäre mir. Und, Stichwort, oder Thema Frauenpolitik, wo war da deine Mutter? Gar nicht. Meine Mutter war die klassische Hausfrau der 60er, 70er Jahre. mit Matura, gleiche Ausbildung wie mein Vater, nach der Matura Abiturientenkurs. So haben sie sich auch kennengelernt. Dann war sie Chefsekretärin in Graz beim Kastner und Oehler. Und mein Vater schön langsam so zum Steuerberater, also von der Kanzlei zur Aufstiegnis. Und dann hat er eben die österreichische Wohnbaugenossenschaft übernommen als Geschäftsführer, weil er auch sein Patten gerne immer aufgemacht hat. Und die lag ziemlich am Boden und da hat er in einer Interessensgemeinschaft ziemlich umgefeizt. Ja, dann, worauf dann meine Mama natürlich irgendwann daheim geblieben ist. Also, ich bin schon eine Willkommensee als Kinder. Und dann hat es ab und zu geheißen, hat sie gesagt, nein, ich hätte schon gerne, ich habe ein bisschen arbeiten. Und der Vater hat gesagt, nein, das braucht es doch nicht. Wir als Kinder übrigens, hätten uns immer gewünschen, dass sie arbeiten geht, weil wir empfunden, dass es dauernd draufgelegt bei der Aufgabe und alles. Da gab es schon relativ viel in der Umgebung, da war das viel klasse. Wir sind mit da arbeiten gegangen. Natürlich haben wir es auf der anderen Seite bequemer gehabt, aber das haben wir nicht gesehen. Mir war dieses dauernde unter Aufsicht sein gar nicht recht. Aber man hat sich politisch nicht wirklich stark geäußert, hat das zirka gefunden, was der Papa findet. Was sich dann irgendwann geändert hat, beziehungsweise wie ich dann das Frauenvolksbegehren mitinitiziert habe, dann ist das ziemlich lustig geworden. abgesehen davon, dass mein Vater das auch nicht so übel gefunden hat, weil er immer soziales Engagement gehabt hat. Und die Anti-Donal-Geschichte war ja viel früher. Und da hat er schon gefunden, wir sollen nicht übertreiben, hat er gemeint, aber so grundsätzlich soll es schon zugeben. Das war seine Position. Und meine Mutter hat dann irgendwie gefunden, wenn die Evi das macht, dann unterstütze ich das schon. Und sie hat angefangen, die Eltern wohnen ein bisschen oben in Graz, so einen Berg auf, und sie hat immer mit dem Bus runtergefahren, wenn sie irgendwas eingekauft hat, oder sonst getroffen hat, und sie hat beim Bus fahren, hat sie die Leute anagittiert, dass es Frauenvolksbegehren ist. Wirklich total, das ist super. Da war sie nicht mehr so jung. Wir sind nicht nahe der gleiche Jahrgang, wir haben die Tistier-Weltung waren damals wie Abziehbilder. Naja, das waren viele so. Hat deine Mutter jemals grün gewählt? Ganz heimlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mein Vater nicht auch schon zwischendurch kommt. Er ist schon klar, dass er wählen kann, was er will, das sieht ich kann. Nein, er war nie apparatschig in dem Sinne, er war sozusagen christlich sozial verankert. Das ist bei ihm wirklich so gewesen in diese Richtung. Und bei gewissen Sorgen, die haben da nicht gepasst, der würde das nie zugeben. ich bin nicht sicher. Manchmal weiß es, dass es schon eine Grün-Gewelt hat. Das war halt so, ja, oder immer wieder sogar. Ich sage jedes Mal, sie muss grün-wölten. Nein, da soll jetzt keine Partei werden. Sie muss. Ich bin ja auch bei keiner Partei, aus guten Gründen. Das gebe ich offen zu, bei uns in der Gemeinde die letzten Male immer ÖVP-Gewelt. Wir haben keine Gründer. In Auerstahl bei uns in der Gemeinde direkt. Also das ist eine 2000 Einwohner-Gemeinde. Bei der Ortsvorsteher ist ein netter Typ. Ich bin ein Bürgermeister. Der ehemalige Bürgermeister war schon sehr in Ordnung. Der jetzige ist auch ganz okay. Und die machen sinnvolle Dinge auch gesellschaftspolitisch so, dass das für mich passt. Das sind keine Dumpfbacken. Und man muss leichter sagen, die SPD ist bei uns halt ein bisschen Jo. Bitte? Jo. Losen wir es dabei. Mehr gibt es nicht. sagen wir so, es gibt noch diese andere Partei, wie man sie gerade heißt, das ändert sich immer wieder. Aber die ist so aus, ich meine Anwohner-Gemeinde. Zur Frage, wie das Politische in dich hineinkam. Du hast eh schon die Johanna-Donau-Algina genannt, gab es abgesehen von mir politische Leitfiguren, Vorbilder? Also wie das in mich hineinkam übrigens, da gibt es keine Leitfigur, aber bei uns ist, apropos auch wieder Essen, meine Mutter hat eben nicht sehr gerne und auch nicht besonders gut gekocht. Bei uns sind auch selten Menschen eingeladen worden. Nachdem mein Vater eine gewisse Position in der Steiermann gehabt hat, war es ab und zu gut verneidig. Entschuldigung, ist aus einer positionellen Haltung ja, schon irgendwie. Und eines dieser Essen, das unvermeidlich war, ist, dass so einmal im Jahr der Kreiner gekommen ist. Also für mich war es immer der alte Kreiner, ich bin dann draufgekommen aufgrund der Jahreszahlen, dass es doch schon der junge Kreiner gewesen ist. meine Mutter und meine Mutter war irgendwie extrem nervös, es war glaube ich ein anderer Landeshauptmann einmal, wenn sie für die kochen sollte, weil das ist nicht ihrs. Und sie hat dann immer so gepfiffen, also wenn sie so rumgegangen hat er irgendwas gemacht, mein Vater war immer ein bisschen, leibst du weiter und was weiß ich und unsere Freundin hat, haben unsere Freundin gehabt, die macht das so locker, wirklich, war Kochlehrerin. Und ich habe das dann irgendwann meiner Mutter abgenommen, relativ früh, so mit 13, 14 und habe gesagt, ich koche. Dann hat sie nicht so einen Stress und so habe ich für den Kreiner, der doch ein junger Kreiner, der ist deutlich über 80 inzwischen, gewesen sein muss, gekocht und habe dann auch serviert und habe ihm so ein Schweinskotelett, was anders wäre es nicht gewesen sein, auf die Hose geworfen, was er sehr nett gefunden hat und ich habe mich nicht absolut Absolut nicht, nein, damals war ich noch nicht sehr politisch, wobei ich nichts über die Kreiner sage, das offene Klima der Steiermark, gerade für Kultur in der Nachkriegszeit, das auch der alte Kreiner stark mitgeprägt hat, das holt schon was. In einem Profilinterview sprichst du dich ja dezidiert für das Torten von Politikern aus. Naja, das habe ich den Grundvögeln beschrieben, also es ist schon eine Methode. Das Koteletten wäre eine Rampage. Das Koteletten wäre eine archialere Methode, für immer heiß, ein richtig schönes heißes Schwänzkotelet, großes, so von der Mangalitze, dass es Fels mehr ausgibt und auch die Hitze, es gäbe auch schon ein paar, wenn man das vorstellen könnte. Politik und Literatur ist das Thema. Wie kam die Literatur in dich hinein? Ich habe immer schon geschrieben. Vor dem Leben? Fast. Nein, es war bei mir eine eigenartige Geschichte, also Kinderbücher und so weiter. Mir hat das total fasziniert, diese Bücher mit diesen Zeichen und dann waren natürlich Bilder immer drinnen auch und ich wollte immer wissen, was die Zeichen zu den Bildern heißen. Meine Eltern haben gesagt, es reicht, wenn du lesen lernst, wenn du in die Schule gehst. Ich habe sie immer segiert und alle möglichen anderen Menschen auch segiert. Ich habe dann ganz einfache Bücher selbst lesen gelernt, zu lange gefragt bis ich gewusst habe, was das heißt. Zu ihrer großen Verblüffung konnte ich das dann auch lesen. Es war für mich total magisch, diese Zeichen immer und unglaublich interessant. Ich habe dann als Kind alles, was ich erwischt habe, gelesen. Kannst du dich an die ersten Worte oder an den ersten Satz erinnern, den du lesen? Nein, absolut nicht. Ich glaube, es war aus dem berühmten Buch Hatschi Bratschi Luft bei. Ah ja, ich weiß jetzt nur mal wie der Anfang. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich wollte sogar mal nachschauen. Aber es muss ziemlich sicher, ich glaube jedenfalls ziemlich sicher, dass es das war. Das erste Wort, das ich lesen konnte und schon wieder geht es ums kochen und zu essen war Fleischerei. Fleischerei ist aber super Wort. Ja, schon. Das ist das erste Wort. Das habe ich in Begleitung meiner Mutter beim Einkaufen da stand Fleischerei und meine Mutter hat mir beigebracht, dass das Fleischerei ist. Und daher habe ich Fleischerei als erstes gehört. Was waren die, jetzt was die Lektüre betrifft, die Lieblingsbücher und Leitfiguren deiner Lektüre Kindheit? Habt ihr sowas? Ja, ich habe in erster Linie alles gelesen. Wirklich. In erster Linie alles ist gut. Nein, es ist, mir ging es gar nicht um spezielle Sachen, sondern jeder neue Satz, jede neue Geschichte war für mich einfach spannend. Da habe ich gar nicht viel unterschieden. Und dann gab es natürlich schon ein paar, die dann schon langsam herausgeragt haben. Die Miralobe Bücher waren für mich sehr spannend. Weil es halt auch ein bisschen anders war. Sonst habe ich diese urschnittlichen Kinder- und Mädchengeschichten gelesen. Und die habe ich spannend gefunden. Auch deswegen, es war die erste Autorin, die ich selbst gesehen habe. Die Miralobe war bei uns über die Vorbücherei einmal und hat eine Lesung gemacht. Und das habe ich Disney fasziniert gefunden, dass er eine sieht, die das Ganze schreibt und die hin oder zu kennen, über die Bücher und die mag. Also das war für mich was ganz eigenes. Das kann mich genau an den Raum erinnern, wo das war. Das war so so eine sehr begeistert hat. Aber ich habe auch diese gesamte Mädchen literatur gelesen. Also von Gula. Genau. Das war ja schon fast ein gesellschaftspolitischer Ansatz. Aber da gab es wirklich weniger gesellschaftspolitischen Ansatz wie Trotzkopf. Trotzkopf war super, weil das war so dick. Das war sehr müh. Aber ich glaube, das war nicht so richtig toll. Dann gab es die Hanni und Nanni-Bücher schon. Das ist eh nicht pleiten. Ja, das war so. Ich weiß, die mussten dann in ein ein Heim, wie heißt das? Internat. In ein Internat heißt das. Und meine Eltern haben immer gesagt, wenn ich besonders schlimm habe, du musst einmal ins Internat. Und ich habe immer gesagt, man hat voll die Ahit dran. So super. Das ist ja nie gelungen. Nein, Miranobe ist unser Thema dezidiert politische Kinderbohr. Beginnend beim Ich bin ich, geht es immer um politische Fragen, in ganz engstem Sinn. Ob du jemals in Sokuh gelesen hast. Ja, damals alles gelesen und danach wieder nachgelesen. Ich glaube, ich habe es auf einer dem Frau. Das ist so ein Zwillingsbuch, ein weniger martialisches Zwillingsbuch zum Herrn der Ringe von Poli. Hast du Kinderkriminalgeschichten gelesen? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich weiß gar nicht, was hat es denn gegeben? Emil und die Detektive. Ah, natürlich, das habe ich sehr geliebt sogar. Oder, ich weiß nicht, ob du Astrid Lindgren gelesen hast, die Karl-Gel-Blobenkrist Bücher. Nein, da hat es nicht viel gegeben bei uns. Das war ja irgendwie, nein, die habe ich nicht gelesen. Also, ich habe ja, die Geschichte ist ja die, ich habe wirklich viel gelesen. Meine Eltern hatten schon so ein Abo, so der Deutsche Buchgemeinschaft, Nein, es war Donnerland, das heißt, aber viel mehr haben sie jetzt auch nicht gekauft. Und ich wollte immer Bücher haben und sie hat mir immer gesagt, nein, der Elfi schenkt mir kein Buch, weil die hat das ja gleich wieder ausgelenzt. Und das war der Zugang so circa. Das hat heute eine eifrig Benutzerin in unserer Pfarrer Biothek und da hat sie gelesen, wo es dort war und danach dann habe ich das für mein Alter ausgelesen gehabt. Dann habe ich gefragt, ob ich den Rest auch lesen darf und dann hat irgendwie gesagt, naja, so arg ich sehe nicht, geht schon. Dann habe ich den Rest mehr oder weniger auch gelesen war nicht so arg und dann bin ich in die Stadtbücher Rhein-Gratz gewechselt, weil da hat es ziemlich gebrochen. Da hat es viel gegeben. Da hat es schon viel gegeben, ja. Sagen Sie, ein paar Neu haben Sie nicht gelesen? Ein paar schon. Ein paar schon. Ja, ich weiß es nicht. Ein paar Sachen haben mir gefallen und ein paar habe ich eigentlich ziemlich fad gefunden. Also, ich glaube, es gibt schon so Bücher, die Buben in den traditionellen Erziehungsrollen einfach mehr ansprechen als Mädels. Und es war schon alles sehr sozusagen eine Buben-Männer-Welt. und das hat mir jetzt eben, ich glaube, das hat mir deswegen nicht zu tun. Aber es hat schon ein paar gegeben. die klassischen Old Shetler-Händler-Händler-Duch habe ich schon gelesen. Und dann aber auch irgendeines von dieser Der Schatz im Silbersee, aber es waren nicht nur diese Die Erfälle sind die sicher eben, wenn ich mir überlege, jetzt habe ich 5, 6, 7 Jahre sicher gelesen. Ich habe Bücher immer öfter gelesen und nicht nur einmal. Und ein Freund von uns, der älter war schon im Haus gewohnt, der hat alle gehabt und schon deswegen haben wir die Meistungen Ich glaube, die waren ein bisschen nach meiner Zeit. Meinst du nicht? Warte, hast du sie gelesen? Ich habe sie eigentlich auch nur gelesen, weil sie meine Schwester gelesen haben. Aber sie haben mir ehrlich gesagt nicht so schlecht gefallen. und mich hat damals und das ist jetzt frauenpolitisch vielleicht ganz interessant diese einzig wirklich spannende Figur in den 5 Freunde Büchern dieser in der deutschen Übersetzung Georg der in Wahrheit ein Mädchen war. Da gab es eine Transgender Geschichte in den 5 Freunde Büchern faszinierende Figur für mich. Aber ansonsten war es einfach brave Detektiv Geschichten. Ich glaube das ist ein bisschen spät gekommen. Das Spannende für mich ist, dass in diesen Kinderkriminal Geschichten in der Regel gibt es keine Morde aber es gibt Verbrechen natürlich und wenig Sex meistens wenig expliziten Sex aber den gibt es in den Kriminalromanen für große Analyben. Und wenn es ihn gibt ist er meistens ziemlich bohschert. Genau. Aber ansonsten kommen alle Versatzstücke die ein ordentlicher Kriminalroman in diesem Kind braucht. Ich soll jetzt zum ersten Mal einen Jugendkurzkrimi schreiben für ein Sammelband. Ich bin immer gewehrt aber immer gesagt das ist Wahnsinn das ist nicht so einfach das ist schwieriger finde ich und jetzt habe ich mich dann reitschlagen lassen weil das ein total netter Herausgeber ist also ein Buchhändler der das in Oberösterreich macht der Weidinger der Klassis an sich und jetzt haben wir Ich sollte jetzt eigentlich nur schreiben im Dezember Darf ich überheblich sein und dir einen Tipp geben? Du bist nicht überheblich gib mir bitte einen Tipp Schreib so wie immer und bitte keine Jugendgeschichte schreiben Die sogenannte Jugendliteratur ist meistens eine Katastrophe Ja na eben das ist mein Jahr Ich werde mich eher versuchen zurückerinnern an meine Zeit ich kann mich relativ gut erinnern wie zum Beispiel 13,14 war dass das jetzt nicht wahnsinnig lustig war für wen schon aber das war die Zeit wo ich dann wirklich zum Schreiben angefangen habe intensiv immer wenn es mir nicht so gut gegangen ist und das ist in dem Alter nicht unhäufig habe ich mich einfach hingesetzt oder zurückgezogen und habe geschrieben und habe Geschichten ausgedacht und wenn es mir so gut gegangen ist habe ich etwas Besseres zu tun gehabt Ist das jetzt auch noch so? Nein überhaupt nicht überhaupt nicht Das heißt die Tatsache dass du Jahr für Jahr einen Mirawalienski gekriegt hast heißt nicht dass es mir sehr schlecht geht Absolut die Zeit wir sind erst im Alter von 13 mit dem Bildschirm über 15 das wird ja so lang wie du wie du groß warst hast du dann Kriminalromane gelesen ja und wenn ja welche ich muss immer überlegen wann was war ich habe auch wie ich groß war immer sehr viel gelesen und ich habe sowieso viele der amerikanischen Erzähler gelesen ganz abgesehen vom Krimi und so bin ich auch eher über amerikanischen Krimi mehr zum Krimi lesen gekommen Sarah Paretsky ist für mich eine die ich schon sehr gut spannend finde die schreibt Chicago Krimis die richtig an der Zeit sind also sie ist eine sehr taffe ihre Hauptfigur die krimi wie wick wachsavsky also eine private detektivin auch aber sie erzählt einfach viel über Facetten von Chicago eine total literarische Figur die heißt Victoria Iphigenia Waschavsky und hat mich als Mediziner immer dadurch besonders fasziniert dass sie wenn sie kopf gekopp hat immer zumindest drei Aspirin nie nur eins sondern immer setzt sich immer in die Badewanne und schluckt immer drei Aspirin und irgendein Alkohol dazu Hüftes Wogegen Das hilft wogegen Kopf ich habe zumindest vorübergehend nicht mehr Kopf Hast du jemals ich versuche die Schleife zum politischen wieder zu kriegen Hast du jemals Schönwahl und Wahl gelesen gehören zu meinen absoluten Lieblings die zehn Romane Ich habe es glaube ich drei oder vier Mal gelesen Ich lese alle paar Jahre immer wieder Da sind wir uns total einig Das ist wirklich eine Lektüre Empfehlung die zehn Romane von der May Schellweil und von Beryl die so ein Paar und auch ein schreibendes Paar waren zu lesen Jahr für Jahr zwischen 1965 und 1975 ist diese Reihe wie heißt das Roman eines Verbrechens um den Kommissar Martin Beck und seinen Freund Lennart Kohlberg entstanden und die waren im realen Leben explizite Marxisten und haben den Marxismus als Lebenshaltung in Schweden vertreten was ihnen das Leben damals nicht leicht gemacht aber keine sie haben nicht zu den Brachial-Marxisten gehört die das als Attitüde vor sich her tragen sondern die haben das wirklich gelebt und haben sehr genau immer auf die Gesellschaft geschaut und das haben sie in den Büchern auch gemacht also es wird ohne erhobenen Zeigefinger oder ohne moralisch oder politisch zu werten wird Leben erzählt das findet ich das immer wieder das Thema wie agiert die schwedische Polizei wie überschissend agiert die schwedische Polizei wie hängt sie ab mit Politik zusammen und wie verhalten sich aber auch die Leute außen runter wann das so ist das sind überhaupt die Vorwärter der ganzen Skandinavien Krimi Geschichten die die gut sind haben was von ihnen hat deine Mira Valensky eine politische Position naja in ihrer Biografie sie hat einen Vater der war Landesrat es steht nie das Bundesland dabei der Vater war Landesrat und das hat sie dazu gebracht dass sie Politik nicht besonders mag es war mir wichtig weil man gedacht hat wenn ich ihr mein politisches Engagement um hängen wird es vielleicht ein bisschen zu füllen und so ist sie eine die sich schon was denkt beim Leben und auch bei dem was ihr Gesellschaft erlebt aber keine dezidiert politischen Position hat dezidiert politischen Zugang hat je nach Thema ist sie dann weiter oder näher bei der Politik dann doch dabei in männer in männerfallen im vorletzten krimi geht es um wollen bilder und da ist sie schon schwerst genervt von ihrem blöden chef vom fotografen ressortleiter der erklärt du als alleinstehende man sie wirst nicht begreifen dass Frauen gerne daheim sind und sich freuen wenn sie einen Mann haben der tüchtig ist und die Arbeit macht und so sie steht schon wo aber sie hat keine parteipolitische Heimat und sie hält sich von dem durchschnittlichen Politik gepränkel so wie wir sie immer wieder wahrnehmen relativ fern ich neige immer wieder zu Psycho Deutungen was der Vater repräsentiert davon hält man sich fern hast du jemals in Versandtreisern eingekommen oh ja aber selten aber selten also jetzt Amazon habe ich ein einziges mal mit schwersten eingekauft da habe ich alles durchgesucht ob es diese blöden Tische nicht irgendwo sonst auf der Welt gibt egal wo ich hinfahren muss oder wo ich bestellen kann aber ich habe für ein großes Sommerfest so klapptische gebraucht und die gibt es absolut nur über Amazon und etwas vergleichbares gibt es sonst nicht und da habe ich mich ein zwei Wochen damit beschäftigt weil mir das so zwieter war und dann habe ich es bei Amazon bestellt aber aber sonst ja ist schief über Amazon das ist aber keine Buse das ist Grundhaltung und als Schreibende enorme wichtiger hätte ich gesagt aber üblicherweise sind umsonst Versandhäuser gibt es also so ah ja klar fällt mir ein natürlich es gibt nette Versandhäuser zum Beispiel Sardinien Produkte es gibt einen kleinen Versand die vertreiben Sardinienprodukte sitzen in Innsbruck sind super nett und da kannst du echt gute Sardinen Sachen und die sind politisch in Halt Habe noch nicht gefragt oh ja ich denke schon die kommen wirklich von dort die fahren in dieser Größe die fahren selber runter einkaufen und bevor sie losfahren schicken sie ein Mail rund und sagen wenn sie irgendetwas anderes das man nicht auf der Liste haben braucht dann sagt sie es uns jetzt und schauen wir das wir auch einkaufen also das ist in dieser Größe man kann ja man kann wenn man versucht das politische zu beschreiben es in die alten großen Begriffe fassen Freiheit Gleichheit die man kennt Solidarität Gerechtigkeit ich tue mir immer ich tue mir leicht dass sie also wenn ich versuche mich dem politischen zu nähern dann dann tue ich das eher über Begriffspaare die lobulare Begriffspaare und ich frage dich jetzt ob die in deiner Literatur eine Rolle spielen die starken und die schwachen ja klar immer wieder das ist ein zentrales Thema wenn du dich mit der Welt beschäftigst in Evelins Fall zum Beispiel das ist für mich der Krimi wo ich lange überlegt habe wie gehe ich das Thema an da geht es um eine Frau die noch relativ jung ist Mitte 40 und sehr einsam und ganz arm stirbt und zwar wirklich mehr oder weniger mitten zwischen uns also in einem kleinen Dorf am Rand von Wien und da stellt sich heraus dass sie eigentlich jung und sehr hübsch war und von einer großen Karriere Sängerin gestanden ist und dann ist alles schief gelaufen und ihre Geschichte erzähle ich sozial schau sie an fett wie sie ist sitzt die ganze Zeit nur drinnen und nicht fernsehen schauen und da müssen unser Geld also dass die Geschichte ein bisschen anders ist dahinter also das ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte mit stark und schwach also schauen wir mal hin warum ist wer wie die armen und die reichen ja ja immer wieder das wird man sogar ab und zu vor gehalten das in gewissen Büchern sozusagen Unternehmen und so nicht so gut gekommen wer hält dir das vor Leute die inzwischen finden dass alles was auch nur nach political correctness riecht echt öd ist die gibt es einfach also es gibt so einen Trend zum unkorrekten also ich will ihn nicht nennen es gibt einen Menschen das war ich sehr mal ausgestrahlt worden also nicht das was jetzt gesendet worden ist sondern ich war einmal schon beim Sichrovski zu Gast in dem Erlesen und da hat er mich zu meinem Krimis gefragt hat sich hingesetzt und hat gesagt sie haben als Figuren eine dickliche also eine Journalistin mit etwas Übergewicht eine Ausländerin einen Behinderten und ist ihnen das nicht alles zu viel an korrekten ist das hält doch keiner aus aha okay ich habe die Miranie in erster Linie als sozusagen nicht angepasste übergewichtige Volkstadiose ein ein Kilo zu viel oder sonst ein Problem so toll fühlen sich die wenigsten dann bei der Westen haben gesagt ja die sind im Bosnienkrieg gekommen aber das ist eine die sehr selbstbewusst und aufrecht durchs Leben geht und alles andere ist ein Opfer und gar nicht die Rolle der armen Ausländerin spielen sollte und der Rollstuhlfahrer das ist der alte vertraute der Mira in der Redaktion der Troch der auch absolut exakt null Opfer ist der sitzt im Rollstuhl und wird von vielen als Kriegsheld gefeiert weil es in Vietnam passiert ist wie er junger Gerichterstatter war er hat nicht vielen die Geschichte erzählt aber Mira schon und das war so dass ich damals ziemlich viel gesoffen habe da bist ja nicht da und dann führst die eh ununterbrochen und da war das Hotel mit dem Swimmingpool und sie ist in einer Nacht reingekupft da war aber leider Karossa drin seit der ist ein Querschnitt gelähmt das war nicht ganz die Kriegshelden Handlung aber das hat der zum Beispiel geht jetzt eigentlich gar nicht und das ist nicht der einzige muss man sagen es ist mir schon begegnet in der einen oder anderen Form und ich versuche ein Stück Leben zu beschreiben das ist teilweise Figuren die gibt es und Verhaltensweisen gibt es und da ist nie alles gut und nicht alles böse aber von vornherein mich daran zu freuen dass alles sozusagen unfair ist und dass sozusagen Gerechtigkeit gar nicht sein darf weil das ist ja langweilig da muss ich sagen ja ist es wirklich viel erstrebenswerter dass irgendwelche dumpfbacken und solche finden am besten ist sozusagen es gibt keine Fairness dem anderen gegenüber und Butter man nur unter die man können sind die wirklich sympathisch also ich weiß nicht also die sind in der Wirklichkeit sympathisch und in der Literatur auch nicht in der Literatur sagen sie auch vorkommen das ist mehr wichtig die Typen gibt es ja aber sie sind Prototypen des Guten das ist es die Zugehörigen und die Fremden das kommt zum Beispiel natürlich über die Weißner bei mir nicht also die schon bewusst eben von woanders herkommt und daher was anders gesehen hat das sie aber nicht verzweifelt sondern eher mutiger gemacht hat eigentlich und da gibt es natürlich immer also das wird im nächsten Krimi wo es jetzt die erste Fassung gibt eine große Rolle spielen unter anderen weil da geht es um die internationale Textilindustrie und da geht es auch um Vietnam und um ein vietnamesisches Lokal in Wien und um eine Vietnamesin die in der Textilindustrie arbeitet und her kommt und fremd ist natürlich und die auch die Mira und andere natürlich immer wieder missverstehen weil es nicht so einfach ist selbst du es verstehen willst und den Mann ihrer verstorbenen Schwester verstehen sie immer wieder miss und er sorgt aber auch dafür so ist nicht der heilige in person sondern er führt zu kräftig und eine Nase haben eine Paarung die mir natürlich besonders wichtig ist die ich immer nicht nur als eine psychologische sondern auch eine politische Paarung verstehe die Kinder und die Erwachsenen natürlich also das ist bei mir sowas das hat sich im Laufe der Bücher entwickelt weil bei mir werden ja die Figuren wirklich mit jedem Krimium ein Jahr älter also so jedes Jahr ich war ja älter und ich war ein Jahr älter und die Mira ist immer ein Jahr jünger als du die Mira ist immer ein Jahr jünger als ich das liegt aber nicht daran was jemand schon behauptet hat dass ich mich doch ein bisschen jünger mache sondern das liegt daran dass ich das Buch immer ein Jahr vorher schreibe und so geht es einfacher mit den Rechnern und mit Zahlen habe ich es eh nicht so und vor allem mit diesen dokumentierenden Zahlen die Wessner hat ja ein Zwillingspaar und Jana und Franz sind inzwischen Studenten und sind gerade wenn fertig bin oder schon fertig und die Spiele in einem Krimis eine ziemliche Rolle weil man einfach sozusagen weil ich diese jüngere Generation zumindest nicht ausblenden will bzw. ich brauche sie definitiv für meine Geschichten gewisse Sachen sozusagen da brauchst du einen anderen Blick drauf und eine andere Zugehensweise und die sind wir eigentlich ganz schön wichtig geworden über Kinder selbst als Hauptfiguren mit ihnen schreiben das kannst du natürlich nicht nur als Psychiater sondern du hast einfach mehr zu tun ich glaube es ist auch ganz gut wenn man sich mit den Dingen über die man schreibt auskennt genau so ist es das denke ich immer in allen machen das ist eben das was ich mache das was so erzählen können aber es kommt einfach nicht weil ich nicht so nah dran bin wie du okay Apropos Matarzenhaus das was ich jetzt noch frage spielt natürlich eine Rolle und das spielt in dem was wir schreiben immer eine Rolle es klingt pathetisch die Frage die ich stelle was ist das böse Ja da gibt es die verschiedenen antworten das Böse ist immer und überall damit man weiß wo kann man vielleicht sagen was es ist ich glaube dass es sowieso Teil eines jeden und auch Teil unserer Gesellschaft ist und dass das jetzt gar nicht grundsätzlich so böse ist ist sozusagen der Gegensatz zum Gut bringt ja auch was weiter also ich sehe das nicht grundsätzlich jetzt so das böse sehe ich nicht grundsätzlich immer ganz negativ wenn das böse entgleitet sozusagen und sich vom Rest abspaltet dann kann es ganz böse werden und und also in meinen Krimis und jetzt das wird jetzt bin ich böse aber etwas mit dem wir uns so gern beschäftigen kann nicht wirklich so böse sein als das böse nicht naja ja vielleicht auch deswegen nein ich glaube also ich habe es jetzt in meinen Krimis auf ein relativ wie soll ich sagen auf eine der Erklärungsmuster immer wieder untergebrochen ich glaube dass das Böse nicht wirklich fassbar ist also und zwar auch ganz real bei mir löst sich keine Geschichte so auf dass zum Schluss sagt haha Schurke du bist jetzt enttarnt eingesperrt und hast keine Chance mehr jemals wieder böse zu sein und das Gute hat gesiegt das glaube ich nicht ganz ich glaube aber schon dass man hinschauen muss und dass man versuchen sollte zu enttarnen und aufzulösen und in den Krimis ist es so dass das dafür zu lösen dass sie böse waren aber dass das böse die dahinter sind oder die die mit verursacht haben dass die so geworden sind wie sie sind bleiben natürlich nicht fassbar ich empfinde es immer in den Büchern die ich gelesen habe von dir sehr wohl dass du auch in der Beantwortung dieser Frage immer so pragmatisch am Boden bleibst und dass du nichts irgendwie metaphysisch oder so sympathetisch es ist sondern ich meine auch die Rede von der Banalität des Bösen hat inzwischen so ein komisches Pathos aber es stimmt schon die Erklärung dafür warum gewisse Menschen das repräsentieren was wir gelernt haben das böse zu nennen die sind meistens relativ banal die sind relativ noch vollzieht man banal ja welche Verbrecher magst besonders wirtschaftskriminelle giften ja die im Affekt teilweise weil das kann ich mir auch selber am ersten vorstellen dass ich auf jemanden irrsinnig zornig wäre weil jemand etwas wirklich Böses tut oder Menschen die mir nahe sind Böses tut und dass ich dann im Affekt sozusagen jemandem rächen will oder einfach mich so ärgern dass ich zuschlage also das kann ich mir noch immer am ersten vorstellen dass du einfach also ich habe ja nachdem ich studiert habe war ich kurz am Gericht in Wien am Landesgericht am Straflandesgericht und und war bei den Prozessen dabei und eben immer die wahnsinnigen Geschichten erwartet dort nicht auch wenn es halt um Totschlag oder Mord ist ja nicht so häufig aber Totschlag ist häufiger geht und ich weiß der erste Prozess mit dem Totschlag war so dass ich neben dem Richter gesessen bin und da war vorhin der, der das angestellt hat das war schon relativ klar und der sagt zu dem warum haben sie das getan? und der sagt auch ja Herr Raut mit dem hast du nicht reden können ich habe nicht mehr gewusst was ich sagen soll und dann habe ich zugestellt also 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 das auch nicht mit dem aus dem ich drehe das hart war und der war auch relativ sprachlos aber als Typ die waren jetzt ja ziemlich einfach gestrickt und und jetzt sind ihm die Argumente ausgegangen mit dem kannst du wenn du nicht reden hast stichst halt zu also als man zum Beispiel nicht lieflich unsympathisch war wenn er unsympathisch war hat wenn er jemanden den ich kenne erstochen hätte das ist ja ganz klar aber da würde ich sagen ja Jesus was kann man tun dass ich dir besser zu helfen weiß du magst die Verbrecher in denen du die Botschaften ich wollte jetzt sagen in denen du etwas von dir wieder findest als ob sie ja aber es hat schon was also es hat auch mit mir zu tun also ich glaube die Botschaftenverbrecher mag ich die Berechnenden die sozusagen für sich Vorteile kalkulieren beinhalten und sagen es ist scheißegal wer das ist die mag ich aber die gibt schon auch die gibt es auch in der Realität also so ist es ja auch also nicht alle werden bestraft in den Dingen die du schreibst oder die wir die wir Kriminalromane schreiben schreiben geht es immer auch um ums Verbotene also um den Totschlag der nicht sein sollte zum Beispiel zum Thema Verbot Verbot und Sprache soll es verbotene Wörter geben ich bin ja wirklich eindeutig und bekennende Feministin und ich halte es für wahnsinnig wichtig zum Beispiel dass Frauen in der Sprache vorkommen weil das Zeichen setzt ganz klar aber diese Verbotsgeschichten dass man sagt so hat etwas zu sein und so darf es nicht sein bei Sprache Wurscht ob das jetzt im feministischen Kontext oder im Frauen-Männer-Kontext ist oder ob das im korrekten Kontext ist dass halt Neger nicht mehr so sein sollte was ja richtig ist aber das zu verbieten heißt von Sprache nicht wirklich glaube ich was verstanden zu haben Sprache ist etwas das entwickelt sich durch im Konsens einer Bevölkerung über Jahre Jahrzehnte Jahrhunderte von verschiedensten Gruppen die zueinander kommen die englischen Wörter die ich auch gar nicht schlimm finde wenn man denkt wie viele Ehenwörter es im letzten Jahrhundert gegeben hat oder im letzten Jahrtausend das ist absolut die muss ich entwickeln können man kann gewisse Grundregeln festlegen es ist gut klar man einigt sich auf eine gewisse Grammatik man einigt sich auf gewisse Rechtschreibung wenn es übertrieben wird nervt mich das auch schon es wird nicht einzusehen warum ansonsten ist Sprache lebendig und das wird sich schon entwickeln und ich bin die Erste die irgendwo in einem Buch wenn da jetzt Anno schreibt die Neger sollen irgendwie sollen sie so ein Ohr hauen wieder nach Afrika in ihren Kral dann werde ich das aber heftigst kritisieren und sage was ist das für ein Typ aber wenn in einem Kinderbuch ich weiß nicht wann dann das Wort Neger entfernt werden soll weil das jetzt böse ist ist das als Schwachsinn hoch 70 das bringt keinen dazu jetzt einen Menschen mit üblicher Hautfarbe zu hassen die Belangstrumpf nachzumachen einfach Schwachsinn und wenn man schon will dann wird schon gesagt wenn sie das jetzt schon nicht mehr will bitte und warum schreibt sie dann nicht in den neuen Ausgaben hinten hin jetzt sagt man das nimmer weil es einfach einen rassistischen Zusammenhang hat und damals war das nicht so damit wäre vielen auch was erklärt das sie vorhin vielleicht auch nicht gewusst hätten das wäre ja viel besser und solche Sachen nerven mir dann schon extrem zusammen das heißt Political Correctness klar aber mit Max und 10 ich mag das Wort ja überhaupt nicht so Political Correctness ist ja sowas aufgepfropftes da und dort sondern einen ordentlichen respektvollen Umgang mit Menschen muss man haben so ist und dafür braucht es gewisse Regeln aber sicher keine Sprachverbotung zwei Fragen am Ende die ich dich immer schon fragen wollte so ich muss jetzt schauen wir mal Hunde oder Katzen Katzen aber am liebsten hätte ich auch Hunde und dann noch Eseln und der Lama hätte ich auch Gibt es Gizmo es hat sie gegeben ja sie ist letztes Jahr mit fast 18 dann gestorben es gibt übrigens so Hardcore Fans der Gizmo dass sie sagen wirklich von Anfang bis Anfang ja ja jetzt immer wieder stirbt sie nicht aber dazu sage ich noch nichts es gibt so Hardcore Fans der Gizmo die gesagt haben weil ich gesagt habe jetzt werden sie jetzt sind wir dran glauben müssen sonst ist das unrealistisch und ich sage nein bitte nicht die Gizmo nicht die Gizmo von mir aus denn Oskar aber nicht die Gizmo ich verstehe das so möchtest du ohne Katze schreiben ja ich schreibe momentan ohne Katze wir haben momentan keine Katzen mehr einfach weil wir mehr oder weniger als halbe Jahr unterwegs sind und etwas uneins momentan wie wir es anlegen also ich gebe zu ich hätte schon wieder sehr gemerkt ich hätte sogar eine ganz super Katze aber es ist natürlich so wir freuen im Februar wieder die Karibik haben natürlich Freunde ein Teil davon sitzt da hinten die haben nämlich auch die guten Beine mitgebracht die passen uns eh immer auf aber einen jungen kann da man hat einen Monat allein lassen eh drinnen natürlich in dem Fall auch wenn sie bei uns immer raus dürfen weil ich finde sie brauchen ordentliches Leben und wenn einen niedergeführt wird ist das wahnsinnig traurig aber gescheiter wenn man es eingesperrt ist ganz ehrliche Antwort wie lange braucht man bis sich die Reize des Machfeldes erschließen wir reden jetzt nicht über das Weinviertel sondern über das Machfeld wo ich wohne wo ich koche oder wo ich bin du siehst wir haben sich diese Reize noch nicht erschlossen das ist das nein du musst unterscheiden Machfeld ist flach das ist Steppe das ist das nein nein du kennst das bei du nein Machfeld ist flach ist Gemüsebau ist Steppe das ist super dort können sich irrsinnig für Wien-Tragung hinstellen das wird immer hübscher dadurch das Weifert ist eine Weinhügellandschaft die unglaublich hübsch ist und bei uns noch dazu den Zusatzreiz hat in unserer Gegend dass dazwischen kleine Ölpumpen stehen es ist mit den Krummvögeln ausführlich beschrieben es hat sich mit mir ganz schnell erschlossen ich habe mir ein Haus gekauft ohne dass ich die Gegend gekannt habe einfach weil ich ein Haus am Land wollte das ich mir leisten kann und ich bin nicht zweitweg von mir und ich bin damals in Auerstal einfach die Straßen bergauf freilindig raufgefahren und habe mich einfach niedergesetzt am Rand von einem Weingarten wo du runter geschaut hast aufs Dorf und habe geschaut und rund um mich war ein Wein dort unten das Dorf da war ein Hügel und auch das gefällt mir klingt gut damit war es du sagst irgendwo dass du kein Bergmensch bist das stimmt und das spürt man auch also ich bin jetzt eben dort wo Markfeld ist und steppe ist ein Strasshof ich weiß warum da ein Verbrechen passiert vor durch Strasshof durch und an einer Grenze der Depression nachher das schießt das ist leider wirklich so das Leben tut nicht dem Menschen was vor kurzem gelesen tut aber wenn du das durchfasst ist es heftig ich bin eher ein Mensch aber wenn ich irgendwann mal versuchen werde einer Ölpumpe in die den Nösen nahe zu kommen dann ich will ich schenke dir die Grundvögel da kann man nämlich wunderbar lesen auch im Schatten der Ölpumpe ganz ganz narzisstische Frage was soll ich davon halten dass du in meinem letzten Roman in einer nicht ganz unprominenten Position eine Figur namens Paulus auftauchen lässt nicht nur das sondern dass dieser Paulus am Ende eine Kugel in den Kopf nicht am Ende fast am Ende er überlebt er überlebt naja ich habe natürlich einen sympathischen Namen gebraucht danke und zweitens was soll ich davon halten dass es dann in diesem Buch nicht nur einen Paulus gibt sondern dass da auch ein Arnie auftaucht das heißt die ganze deutschsprachigen Kriminalschriftsteller lasst du da auf das mit dem Arnie ist mir erst noch gekommen wobei den Fritz Arnie dabei mag also das ist wir treffen uns so ein zweimal im jahr lesen wir sicher gemeinsam das ist mir passiert er hat nämlich zuerst anders geheißen und es war verwechselbar mit irgendeiner anderen Figur wie das bei mir ab und zu ist und dann hat der Ernest gesagt das geht nicht da kennt sich kein Mensch aus und dann bin ich irgendwie dann habe ich aber eh geschaut dass der Name passt und bin auf Arnie gekommen und erst im Nachhinein habe ich gedacht hey der Fritz heißt ja Nachnamen Arnie das heißt das werden jetzt nicht alle Kollegen ich habe es zumindest nicht vor bei mir passiert etwas unbewusst ich habe gesagt warum geholt mich das nicht nicht es geschafft in Wein und Tod gibt es er muss auch sterben stimmen ein Winzer der hat wunderschöne blaue Augen so schöne blaue Augen richtig so wach und spielt nachher eine Rolle dann im Buch und ja der wird dann auch vom Hochstand aus erschossen beim Joggen was vom Winzer nicht gut kommt und im Nachhinein wie das Buch erschienen ist komme ich drauf und das sind genau die Augen vom Pfaffel das ist ein bekannter Winzer bei uns der hat mir erst riesig schöne blaue Augen und mir war das dann so peinlich und ich habe gehofft dass das nicht auffällt und natürlich ist seine Frau gekommen und hat gesagt wie hast du den da beschrieben und er hat gesagt ja war nur versehentlich und er war dann aber ganz geschmeichelt und ich meine der ist ein Buch ist ein ziemlicher sagen wir so vielen haben seine blauen Augen gefallen und er hat gesagt ja das passt schon aber so da bin ich ja eh nicht ganz spießiger wordrap am schluss das ist altes spiel ganz rasche antwort ja das schaffe ich nie beatles oder stones äh stones goethe oder schiller goethe mozart oder petruch mozart kleine klassische musik oh nein 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 beide eigentlich aber aber am liebsten zeitgele musische popdillen oder nennat kohlen ist das da muss ich mir überlegen wer jeweils die ranzen beide sagen die ranzen beide das geht ok nein ich verwechselte wirklich immer gern und der kohlen ist der der dann also kathol oder so religiös worden ist und irgendwie völlig durchgeknallt ist dann habe ich mal das konzert das war schrecklich claudia claudia kardinale oder sophia lorraine also von den filmen her sophia lorraine von politischem bewusstsein claudia kardinale claudia kardinale oder claudia schiffer claudia kardinale brad pitt oder george gloomy george gloomy fisch oder fleisch fisch rind oder schwein rind das ist einfach weiß oder rot weiß vor allem beim wein aber ich mag rot nach alles rot nein rot aber ich meine neue glüge völlig falsch rot oder schwarz rot schwarz-grün oder rot-grün wenn er sich überlegt hat nein schon eher also wenn die roten sich aufs rot sein besinnen würde wäre er für rot-grün und wenn die schwarzen sich aufs soziale besinnen würden wäre er für schwarz-grün also grün grün also wenn sozusagen das lehrten was eigentliche programm hätten wären beide ganz okay Buchhandlung oder Bücherei Buchhandlung aber ich kann was leisten schwarz-grün schwarz-grün E-Book oder Papier schwarz-grün weinfürtel 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 THC schwarz-grün auch gar nicht das ist auch schwarz-grün wenigstens wie viele gänge das hängt von der Uhrzeit ab und von der Gesellschaft Und den Abschlussbilder? Beim Menü? Käse. Muss das zum Essen sein? Danke! Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Zufrieren, fürs Zwischenfragenstellen dafür, dass Sie ein so angenehmes Publikum waren. Und ich danke vor allem die Frau Rossmann für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Bücher liegen auf, sind käuflich zu erwerben, sind ideale Weihnachtsgeschenke und werden natürlich gerne signiert, wenn der Wunsch besteht. Und hinten gibt's Dödinger Weine, den Wein zum Buch, und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Danke. Schönen Abend.